Willkommen zu Dunkelsütze Ach, erstmal wird er sich richtig hinsetzen So, ich wollte zum Crystal Mage gehen Weil ich habe den Verdacht Ich habe da etwas vergessen Und hier sind so viele Kabel Ehh Wo warst du? Wo war ein Crystal Mage? Crystal weise auch da Ich müsste beim Crystal weise noch was abholen Surprise, surprise Mein Ohr ist zu fest gespannt Eigentlich könnte ich die jetzt gerade abnehmen Ich habe mir nämlich eine neue Ohr gekauft Oh Gott Ok Gut Ich brauche jetzt kein Pulsmesser Gut Und zwar geht es ja hier noch lang Wenn Chris teilweise Habe ich das vergessen? Hell yeah Hier ist ja nämlich auch noch Zeug So, das heißt ich hätte mit den Leiden eigentlich mit Dings gar nicht machen brauchen Ich habe zwar keine Ahnung wie ich den Funkeltitanit bekommen habe Aber ich habe den Funkeltitanit nicht bekommen Das sieht so dumm aus Und unten ist noch einer Wenn sie stehen Welche Taste Noch ein Funkeltitanit Nice Ja ich weiß jetzt Hier ist ja die Kathedrale noch Ich weiß jetzt noch Ich weiß jetzt nicht ob Siegwort noch da ist Okay, das werden wir sehen Oh Oua Auua Nice Zug Ah, hier ist Herolden, die Herolds Sachen. Cool. Hier sind meine Rüstungsteile. Aber wir fragen ja noch die Puppe, sonst können wir ja gar nicht weiter. Und hier ist ein Leuchtfeuer. Wunderbar. Ich habe weiter vergessen, was wir brauchen, um die Waffe abzugreiten. War es Funkeltitanid? Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich drücke die ganze Zeit die falschen Tasten. Ich drücke die ganze Zeit X zum Dodgen. Ah, naja. Der Impact hat Power. Der Impact hat den getroffen. Die Waffe ist schon hart im Fernsehen. Muss ich mal dazu sagen irgendwie. Cool. Aber hübscher Fight. Asche eines Paladins. Nice. Nice. Ich drücke die. Wegen Weedfall. Okay. Dankeschön, Weedfall, für das Eintrichtern dieses hässlichen Weges. Ich habe schon wieder X gedrückt, weil das wird heute nicht besser. Achso, hier kommt ja der Spinnenschild. Ja, da ist er. Ja, da ist er. Na komm runter. Okay. Die Misswatcher Waffe ist nice. Ich habe schon wieder X gesehen. Ich drücke schon wieder X. Ich habe schon wieder X gedrückt. Schon wieder Münzen. Äh. Sobald ich weiß, waren hier Hunde irgendwo. Wirst du? Sag ja. Oh. Come on shot it. Hoppla. Ja, ich glaube, wir werden hier ein bisschen strongy sein. Vielleicht ein bisschen zu strongy. Ich habe noch einen Hund. Weck mir den Leuten. Ich versuche heute wirklich... Ich habe X grad zum Ausweichen gedrückt. Eieieieiei. Ich hätte vorher nicht Creed vorspielen sollen. Ich drücke die ganze Zeit X zum Dodgen. Was wird hier? Hallo? Aber... Eieieieiei. Ich habe das einmal eingebrannt. Schwierig. So. Hier ist... Erstmal irgendein Friedhof. Ah ja, genau. Hier ist das. Ich weiß gar nicht, ob Seekwad noch da ist. Das ist mein Problem. Nein. Hier ist auch noch ein S-Gescher. Sieht schon mal schlecht aus. Das wäre eigentlich ganz vorteilhaft, wenn er noch da wäre, weil ähm... Es erspart mir ein bisschen was. Das heißt, wir können unsere S-Dos mal wieder aufwerten. War hier oben eigentlich irgendwas wichtiges? Außer die Leute, die nicht sterben können. Das ist der Out, den Katana-Spieler nicht mögen, by the way. Weil man halt... Weil halt die Leute einfach wie spawnen. Astoras Großschwert. Nice. Sonst noch was hier? Ne, anscheinend nicht. Gut. Dann können wir weiter hier lang gehen. Wui. 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 Die sollten wir ein bisschen töten. Die sind nämlich ein bisschen schwieriger. Ja, natürlich. Hmm. Kann ich ja wieder loslassen. Aua. Ich habe wieder x gedrückt, zum dodgen. Oh boy. Greedfall. Ich habe Greedfall gespielt, ich gebe es zu. Nervig. Es ist gefühlt so ein Fehler, diese Spiele zu spüren. Was heißt Fehler? Greedfall war ein gutes Spiel. Darksatz 3. Darksatz 3 macht gerade nie so einen guten Eindruck, finde ich. Aber ich freue mich. Das Blattband gemacht wurde ja angekündigt. Das finde ich eigentlich ganz cool. Ah, okay. Ja, natürlich Hund. What the fuck macht dieser Hund? Ich denke hier hinten was. Oh, ich habe umgeguckt hier. Ne, nichts. Gut, okay. Gut, pümm. Zack. Okay. Der Delay in der Waffe ist halt wunderschön. Außerdem, ich mag das Schwerte sein. Das sieht eigentlich ganz cool aus. Das Schwerte sein hat schon was. Und ich bin jetzt schon müde. Aber gut, ich bin auch erst von der Spätschicht zurückgekommen. Ich nehme das ja gerade auf, während ich von der Spätschicht nach Hause kam. Das heißt aufnehmen. Ich stebe mir das ja auch. Und dann schnappe ich mir einfach nur die VOD und dann, ja, verlautsche ich das einfach hoch. Weil ich bin ja faul. Ich möchte nicht, ich würde das aufnehmen. Das wäre vielleicht besser. Aber, naja. Was soll's. Ich muss definitiv meine Beweglichkeit ein bisschen, meine Geschicklichkeit ein bisschen hochzimmern. Aber, hochzimmern. Ich weiß, dass ich hier noch irgendwie zu meinen Seelen kam. Ich glaube hier. Nein, ich muss doch den Umweg gehen. Okay. Dann gehen wir doch den Umweg. Äh, hier gibt's noch die Doppelklingen. Oder ich geh einfach hier lang. Das sieht noch, äh, richtig aus. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Ah, ja, gut, dass ich grad gehe. Ja, die Ebene ist ein bisschen nervig mit den Wirbern hier, aber sonst geht's eigentlich. Ich sag ja, die Wii Spawn, ja. Äh, falsche Taste. Wie gesagt, die Wii Spawn, hallo. Ah, okay. Gut, dass er trotzdem 50 Jahre braucht. Nice. Äh, was, 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 wenn's noch gut ist hier an der Stelle, ähm, ihr habt schon gesehen, da unten ist ein Baum. Da ist wieder so ein Birkenbaum. Das ist... Aua. Ah, ganz gut. Danke, dass ich den Pfeitschner misiert habe. Aua. Gut, dass du Damage machst. Uah. Ah, ja, achso. Okay, die Wirmer hab ich natürlich wieder an mir. Cool. Gut, gut. Haben wir schon gewundert. Gut, das wird das. Hello. Mal eine ganze Zeug hier einsammeln. Da brauchen wir keine, keine Angst haben. Hier kommt Sperre geflogen. Ah, unter der Knochenschlitter. Nice. Weil man sieht's ja. Anhand der Sperre. Also, ich weiß nicht, dass wir da sind. Oh, da wurde einer getroffen. So, ein Typ mit Doppelklingem Wagen. Da wollte ich hier noch roter. Nein. Hier ist auf jeden Fall der Shortcut. Das weiß ich noch. Anti-Fluch. Anti-Fluch-Großschild. Oh, cool. Eike tot. Ja, ich... Wenn man da reing springt, ist klar, dass man tot ist. Ui, Shortcut. Wow. Wow. Äh, wenn ich mich richtig erinnere, war hier ein Kristall-Dings. Sonst noch irgendwas hier? Außer meine Wanky-Kamera-Führung. Ich glaube nicht. Na gut, dann machen wir mal ganz kurz den... Kristall-Typen. Der Evi aushält. Würdest du bitte hierbleiben? Zock. Ah, achso, das ist mein Parry. Ah. Achso. Ich hab mich schon gewundert. Natürlich. Natürlich. Fuck. Die Townshipper. Kann auch sein, dass ich die Townshipper gebraucht habe. Ich hab keine Ahnung mehr. Ich hab wirklich... Ich hab schon wieder die Weile das gedrückt, erst mal. Ich hab echt keine Ahnung mehr, was ich gebraucht habe. Ich hab mit dem Vieh ein Problem. Ja, das ist schon passiert, dass ich mein Problem ist. Hier gibt er nämlich diese hässlichen Würmer einen auf. Giftbissring. Äh, ich sollte mich heim, bevor ich von Blutverlust sterbe. Man sieht's. Platsch. Hm, geil. Diese Würmer sind ekelhaft. Deswegen würde ich sagen, hüpfen wir einfach hier rein und machen den Shortcut nicht auf. Und wir machen einfach die Tür auf. Hallo. Hm, lecker. Wollen wir mein Gehirn. Tür aufmachen. Und erst mal zurückgehen. Aua. Verlust. Preisen. Ach ja, soviel zu. Ich hab nichts mehr, was ich machen kann. Wenn wir die Hälfte... Hübs. Wenn wir die Hälfte vergisst, ist es klar. Nein, ich hab mich nicht gerade verdrückt. Niemand hat das gesehen. Niemand hat das gesehen, dass ich mich jemals verdrückt habe. Okay. Ich hab halt schon wieder X gedrückt, aber lassen wir das mal so im Raum stehen. Äh, geht gut. Äh, heißt das, wir können verstärken. Ja. Ah, Titan-Schuppen brauchen wir. Okay. Titan-Schuppen brauchen wir. Wir haben sogar einen Katana. Oh. Grusche war das Schafrichters. Uh. Das klingt toll. Großschuppel sein. Das Ultra-Großschwert. Ja, na, na. Astora-Großschwert. Boah. Hm. Können auch ein paar Objekte verkaufen, ehrlich gesagt. Wir haben nämlich ein paar wieder was doppelt. Ah, wir passen auf. Ah, wie? Ah, ich kriege ich beim Verkaufen. Ein paar Seen haben wir auch noch. Cool. Ich kriege ein Schwert zum Beispiel. Das Langschweig kann man verkaufen. Ah. Eine Großachse können wir noch verkaufen. Das können wir verkaufen. Und dann haben wir eigentlich alles. Ja. Von den Schilden. Nichts Neues. Die Herod-Sachen kann verkaufen. Weil die habe ich ja schon. Irgendwas? Nee. Alles. Das habe ich doppelt. Das wird auch doppelt. Und... Äh... Zweig, gerade Opfer. Nice. Asher, wie weit? Oh, yes. Klinging to lofty dreams in this dying world. More's the pity. It must come from one most foolish indeed. Wouldst thou not agree? Nein, nein, die ist nicht wahnsinnig. Sie tut nur so. Ah, was verkaufst du denn jetzt schönes? Ah, ein Turmschlüssel. Statt den hast du vorher auch schon verkauft. Ah, hier. Helm der Untoten Legion. Die Abyss-Watcher Sachen verkauft sie jetzt. Nice. Werden wir natürlich, werden wir nicht ausrüsten. Im Gegenteil. Wir meiden das sogar. Haben wir erstmal Leute Schildrigen und den Lebensring. Warum nicht? Außerdem verkauft sie die kleinen Tees in die Scherben. Auch nicht schlecht. Und Zauber. Ich glaube mir fehlt sogar noch ne Asche. Egal. Wir haben sogar zwei Untoten. Wir haben sogar zwei Knochenstäube. Super. Wir haben sogar zwei Knochenstäube. Wir haben sogar zwei Knochenstäube. Vielen Dank.